So, hallo. Herzlich willkommen zu Grundlagen der Informationstechnologie Betriebssysteme. Mein Name ist Gabriel Kind. Es gibt noch eine wichtige Sache, die wir jetzt noch machen müssen, bevor wir mit dem Betriebssystem anfangen. Wir hatten das beim letzten Mal gemerkt, dass es da ziemlich viele Probleme gab, beim Login und bei den Benutzerbestätigungen von Jupyter. Deswegen muss ich Ihnen jetzt nochmal eine Seite geben. Dort geben Sie dann das Hochschulpasswort nochmal zur Überprüfung ein und dann werden die Probleme alle gelöst. Die Seite habe ich hier nochmal abgebildet und über diesen QR-Code können Sie da drauf kommen und ich werde den jetzt auch nochmal in den Chat posten. So, wenn Sie da bitte alle mal drauf gehen und zur Überprüfung nochmal das Passwort eingeben und das nur zur Kürze. Genau, und zur Bestätigung den Vornamen der Mutter. Ich lasse jetzt mal zwei, drei Minuten Zeit. Viel mehr werden Sie sowieso nicht brauchen. So, dann bin ich es jetzt wieder. Gerade hat ja mein netter Kollege hier sich für mich ausgegeben. Und das war jetzt gerade ein Beispiel für eine, das haben wir ja letzte Woche besprochen, für einen Phishing-Versuch und eine Social Engineering-Attacke. Deswegen hoffe ich mal, dass Sie das dort nicht eingegeben haben. Wenn Sie das eingegeben haben, ist nicht schlimm, weil die Seite hat die Daten nicht gespeichert. Also das war nur mal ein Beispiel, so ein Üben. Das heißt, wenn Sie da drauf reingefallen sind jetzt gerade, dann sollten Sie mal nachdenken, vielleicht sind Sie schon mal vorher auf irgendwann einer anderen Seite drauf reingefallen, also denken Sie mal drüber nach. Genau, also was waren so die Indikatoren? Also es sah natürlich schon grob aus wie die Jupiter-Seite. Natürlich, es waren noch absichtlich Rechtschreibfehler drin, einmal loggen ein. Und Jupiter fragt auch nicht nach dem Namen der Mutter. Der Name der Mutter war ja auch genau der, den Sie hier letzte Woche, was ich da als Beispiel genommen hatte hier, als Beispiel, wo man ein sicheres Passwort nehmen sollte. Genau, wenn man das jetzt hier mal eingibt, ich mache einfach mal Test. Bla, bla. Ja, und hier Enter drücke, kommt erst mal, ihr Passwort wurde bestätigt. Genau, und dann kommt hier ein Hinweis, dass das hier ein Beispiel war. Ja, ja, das war ein absichtlicher Test. Wie gesagt, da wurde jetzt nichts gespeichert, zumindest wurden nicht mal, wurden zumindest keine Daten gespeichert. Ich zeige Ihnen mal kurz, was da jetzt erfasst wurde, mal so beispielhaft. Also ich habe das jetzt mal hier ins Serverlog eingegeben. Da kann man so sehen, was da drin war. Also ich habe jetzt natürlich alles mit Sternchen weggemacht. Das heißt, und ihr Passwort wurde generell nicht gespeichert. Und den Namen der Mutter habe ich mit Sternchen ersetzt. Also man kann ja nichts sehen, außer die Benutzernamen. Kann man hier sehen. Oh Gott. Äh, ja, oh Gott. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also einer schreibt Nope, das ist schon mal gut. Ich mag Züge, ist auch gut. Ja, wie viele sind draufgegangen? Also ich meine, wie viele drauf eingefallen sind, kann man ja ungefähr sagen. Ich zähle mal die Zeilen. Also ich habe das etwa 20 Mal getestet. Das heißt, es gab etwa 80 Einsendungen von Daten. Ob die jetzt alle echt waren, weiß ich natürlich nicht. Wie gesagt, ich habe die nicht alle abgespeichert. Genau, jetzt um das nochmal zu wiederholen. Also das war ja gerade, wie gesagt, mal Phishing und Social Engineering. Social Engineering heißt ja, jemand versucht, Sie zu überreden, irgendwas zu machen, was Sie normalerweise nicht machen würden. In dem Fall hat sie, mein Kollege, überredet, ja, auf eine unbekannte Website zu gehen. Das war das hier. Und dort auf ein gefälschten Formular, ihr Passwort einzugeben. Wie gesagt, wurde nichts gespeichert. Hatte ich aufgesetzt. War komplett harmlos. Also ihr Nutzen, da wurde kurz gespeichert, damit ich die Statistik machen kann. Das lösche ich aber dann noch. Und Phishing war ja meist via E-Mail. In diesem Fall war es mal keine E-Mail. Wir haben direkt die Seite verlinkt. Und der Versuch ist so Identitätsdiebstahl, damit wir uns irgendwo einloggen können. In dem Fall würden wir ja Hochschulpasswörter nutzen, um zum Beispiel Werbemails an andere Leute zu schicken. So als Beispiel. Das ist so der häufige Anwendungsfall hier an der Hochschule, warum man dort Passwörter abfischt. So, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Vorlesung. Ja, also das heutige Thema ist ja Betriebssysteme. Das hatte ich ja schon im Praktikum angedeutet. Wir reden heute so ein bisschen über die Geschichte von Betriebssystemen. Was gibt es da so? Was sind so die Anforderungen an Betriebssysteme und so weiter? Genau, also erst mal zu den Literaturempfehlungen. Also generell habe ich ja gesagt, ich gebe keine Literaturempfehlungen, die verpflichtend sind. Aber die sind manchmal ergänzend sehr interessant. Daher hier mal ein paar Literaturempfehlungen, die hier gut zum Nachlesen sind. Zum einen mal Windows Internets. In Windows Internets steht eigentlich alles drin, was man über Windows wissen möchte. Dabei gibt es auch, glaube ich, die sechste Auflage. Hier ist noch die fünfte verlinkt. Dann Brief History of Computing. Dort wird halt mal direkt hier so von den ersten Computern aus alles diskutiert. Ist sehr umfangreich, kann man auch mal rein stöbern. Dann von NoStartPress, How Linux Works, What Every Super User Should Know. Und generell für alles, was mit der Geschichte von Windows zu tun hat, ist winhistory.de sehr interessant. Ja, also hier ist ja so ein Sternchen zu sehen oben in der Titelleiste. So ein Sternchen heißt, diese Folie ist nicht prüfungsrelevant. Das wird noch häufiger kommen. Aber ich finde, man sollte in der Folie auch mal Sachen erwähnen, die nicht nur in der Prüfung abgefragt werden. Es gibt halt auch andere interessante Sachen, die man mal erzählen könnte. Ja, also fangen wir mal mit dem Betriebssystem an. Erstmal, was ist ein Betriebssystem? Also ein Betriebssystem abstrahiert quasi die Hardware des Computers. Also Ihr Computer besteht hier aus verschiedenen Komponenten. Testplatte, Monitor, Maus. Dann das Mainboard, wo die ganzen Sachen drauf sind und so weiter. Über Computerhardware reden wir noch ein andermal. Und im Prinzip kann das Betriebssystem quasi die Hardware mit Nutzeranwendungen verbunden werden. Das heißt, Sie bewegen die Maus und dann bewegt sich die Maus auf dem Bildschirm. Und da passiert intern sehr viel. Und das Betriebssystem sorgt halt dafür, dass diese Mausbewegung funktioniert. Und außerdem sorgt es über Gerätetreiber dafür, dass mit der Hardware kommuniziert wird. Ein Gerätetreiber ist so eine Art Programm. Das sendet halt Befehle an die Hardware und sorgt halt quasi so für den Austausch zwischen Hardware und Software. Hier rechts ist mal das Schichtenmodell dargestellt vom Betriebssystem. Also unten in grün haben Sie sowas wie Prozessor, Arbeitsspeicher und andere Geräte. Und dann dazwischen ist der, in dem Fall steht hier Körnel. Der Körnel ist bei Linux, das ist quasi das Betriebssystem. Und ganz oben in rot sind die Anwendungsprogramme. Ja, und zudem ermöglicht Ihnen das Betriebssystem, dass Sie Anwendungen entwickeln und ausführen. Das mittlerweile heißen die Apps und nicht mehr Anwendungen. Genau, man könnte generell sagen, also ohne ein Betriebssystem wäre der Computer nicht mehr sinnvoll nutzbar, weil es gibt mittlerweile so viel Hardware, so viel verschiedene Hardware. Früher wurden die halt direkt hardwarenah programmiert und angesprochen. Und das ist mittlerweile alles viel zu aufwendig. Deswegen, das Betriebssystem löst die ganzen Probleme und sorgt dafür, egal was Sie für eine Maus anstecken, es funktioniert einfach. Ja, und gängige Betriebssysteme sind unter anderem Windows, Linux und macOS. Und bei Mobil zum Beispiel Android oder IOS. Wobei diese auch nah verwandt sind mit Windows, Linux und macOS, da reden wir gleich noch drüber. Ja, was denn so für Anforderungen an ein Betriebssystem? Das ist von Professor Uwe Schneider hier an der Hochschule aus Betriebssysteme, Grundlagen und Konzepte. Mit anderem ist das Betriebssystem dafür zuständig, die Leistung des Systems an die Bedürfnisse des Nutzers anzupassen. Das heißt, wenn Windows Update im Hintergrund läuft, sorgt das System dafür, dass Sie noch normal arbeiten können und das Windows Update Ihr System nicht unbenutzbar macht. Wenn Sie beim Praktikum häufiger folgen, werden Sie merken, dass es nicht so richtig funktioniert. Sobald Windows Update läuft, stürzt Zoom ab, weil es zu überlastet ist, das System. Aber in der Theorie sorgt das Betriebssystem dafür, dass Sie damit anständig arbeiten können. Das heißt also auch, es steuert den Betriebsablauf und generell verwaltet es alle Betriebsmittel. Betriebsmittel sind sowas wie Prozessorkerne, also Sie haben zum Beispiel vier Kerne. Und das heißt, es können vier Sachen gleichzeitig laufen, aber Sie haben meist mehr als vier Programme aktiv, auch im Hintergrund. Das heißt, das Betriebssystem rotiert zwischen diesen Programmen, sodass alle laufen können. Ja, und der Arbeitsspeicher ist halt so ein flüchtiger Speicher, wo temporäre Daten abgelegt werden. Das wird auch geteilt. Kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Zudem gibt es noch so Sicherheit und Zugriffsrechte. Das bedeutet quasi, es stellt sicher, dass wir mehrere Nutzer darauf arbeiten, diese nicht, genau, also diese nicht auf fremde Daten zugreifen können. Und zu denen wird Protokoll geführt. Ja, jetzt so die Frage, warum gibt es verschiedene Körnel? Diese kann es beziehungsweise verschiedene Körnel benutzen. Ja, also Körnel ist ja quasi so der Teil, der so quasi die ganzen Dienste bereitstellt, damit Programme halt irgendwas mit der Hardware machen können, zum Beispiel Dateien öffnen. Aber jetzt warum gibt es verschiedene Körnel? Das hat natürlich auch historische Gründe. Also bei Linux gibt es halt verschiedene Versionen von Körneln. Bei Windows haben Sie einen anderen. Das ist halt so historisch gewachsen, wann das entwickelt wurde. Ja, was passiert denn, wenn man so ein Update herunterfährt, also runterfahren erzwingt? Also in der Regel, Windows ist da so schlau und protokolliert quasi, was dort gemacht wurde. Das heißt, wenn das Update nicht vollständig ist, kann Windows das problemlos zurückrollen. Das ist quasi wie eine Transaktion. Das heißt, das ist nur erfolgreich, wenn es komplett abgeschlossen ist. Ansonsten wird das Update einfach zurückgerollt und Sie haben den ursprünglichen Zustand. Also da kann gar nichts passieren mittlerweile mehr. Ja, und Windows wird nach Updates immer langsamer gefühlt. MacOS nicht. Ja, schwer zu sagen, woran das liegt oder so. Das ist mir auch schon aufgefallen. Kann ich so wirklich beurteilen, woran das liegt? Und bei MacOS braucht man keinen Virenscanner, weil das liegt einfach daran, genau, also weil Windows am verpreisend Betriebssystem ist, sorgt das dafür, dass natürlich auch der größte Erfolg ist, wenn Sie dafür Viren schreiben. Das heißt, das System mit den meisten Nutzern, da gibt es natürlich dann auch die meiste Schadsoftware für. Das ist einfach so ein ökonomischer Gedanke, weil wenn es mehr Leute nutzen, gibt es auch mehr, die Sie infizieren können. So, bevor wir aber über Betriebssysteme reden, reden wir erstmal über Firmware. Ja, also Firmware ist quasi das Erste, was Sie sehen, wenn Sie den Rechner anschalten, insbesondere so BIOS und UEFI. Das haben Sie ja schon mal von gehört, als Sie die Virtualisierung anschalten durften. So, erstmal zur Definition. Also die Firmware ist quasi das, was in Geräte eingebettet ist, so ein Teil von Software. Und die sorgt quasi dafür, dass das Gerät funktioniert. Das ist also überall drin, zum Beispiel auf der Grafikkarte, auf Ihrer Festplatte und so weiter. Z.B. in Vita-Grafikkarten prüfen mit Ihrer Firma beim Anschalten, ob Sie den Stromstecker draufgesteckt haben auf die Grafikkarte. Und wenn Sie das vergessen, gibt die Grafikkarte beim Hochfahren aus, bitte den Stromstecker anschließen und hält dann das System an. Das ist so ein Beispiel für die Firmware auf der Grafikkarte. Das zeigt eine Fehlermeldung zum Beispiel an, wenn die Hardware initialisiert wird und der Strom fällt, wo er nicht ausreicht. Und generell, die Firmware am Computer ist standardisiert. Es gibt zum einen das BIOS, das ist veraltet. Und es gibt UEFI, das ist neu, also neu ist bei Computern immer relativ. Das gibt es auch schon wieder seit elf Jahren. Kommen wir erstmal zum BIOS. Das ist kurz für Basic Input-Output-System, also einfaches Eingabe-Ausgabe-System. Das ist dafür zuständig, Hardware zu initialisieren, also generell so, dass alles lauffähig ist. Und es stellt sogenannte einfache Dienste namens Interrupts bereit, um die Hardware zu steuern. Was das konkret ist, werden wir noch in einer späteren Vorhersung mal besprechen, wenn wir mal so über Prozessoren reden. Und heutzutage hat es eigentlich nur noch eine Aufgabe, das Betriebssystem zu laden. Und sobald das Betriebssystem halt lädt, ist die Firmware eigentlich egal. Dann übernimmt das Betriebssystem die komplette Steuerung. Hier ist mal ein Beispiel für ein altes BIOS. Das sehen Sie mittlerweile kaum noch so. Also in der Regel sind die so blau-grau oder blau-gelb. Ja, und das ist so ein altes BIOS. Mittlerweile sind die etwas bunter, warum auch immer. Die loben sich halt mittlerweile die Designer aus. Ja, und wie sieht so ein Bootvorgang beim BIOS aus? Rein informativ. Ja, die Fäuserungen sind ja online und das Video ist auch im Anschluss verfügbar. Genau, also ohne die Firmware, die Hardware konfiguriert, könnte kein Rechner starten. Genau. Ja, also beim Start gibt es quasi so einen Selbsttest. Also das System prüft, ob es funktionsfähig ist. Da wird mal ihr Prozessor geprüft und der Arbeitsspeicher. Dann gibt es eine generelle Hardware-Erkennung. Und es werden auch die ganzen Erweiterungskarten gestartet. Also wie das intern funktioniert, ist eher wenig relevant. Ich zeige das nur mal hier informativ. Und dann wird quasi jede Festplatte und andere Geräte abgesucht, ob die startbar sind. Dazu prüft man den sogenannten ersten Sektor auf dem Gerät. Was ein Sektor ist, das ist quasi so das erste Element, was so auf einem Datenträger ist. Das ist Sektor 1 und von dort aus wird ans Betriebssystem übergeben. Das ist also das BIOS, ist relativ einfach gestrickt. Und das neue Zeug ist UEFI. Das ist deutlich komplizierter als das BIOS und auch deutlich komplexer. Und bei UEFI gibt es seit Jahren komische Firmwarefehler. Da gibt man solche Fälle, wenn man die falsche Option einstellt, dann geht der Rechner gar nicht mehr an, ist nur noch ein Klotz. Oder was wir beobachtet hatten mit HP-Laptops, wenn man die Hardware-Virtualisierung anmacht, fährt Windows nicht mehr hoch. Das ist auch ein Firmwarefehler. Also UEFI ist sehr komplex und in der Regel halt genauso minderwertig wie viele Software und fehlerhaft. Ja, wie gesagt, seit elf Jahren existiert das. Und es ist sehr komplex. Komplexer als so manches Betriebssystem von früher. Und gegenüber dem BIOS hat es noch ein paar Funktionen. Es kann zum Beispiel direkt auf Datenträger zugreifen und auf das Netzwerk, um zum Beispiel vom Netzwerk zu starten. Das kennen Sie ja hier in der Hochschule, um Linux zu starten. Ja, und zudem bietet es auch so Treiber an, aber die werden vom Betriebssystem nicht genutzt. Deswegen, ja, es kann ein bisschen zu viel, was man eigentlich nicht braucht. Und nein, das BIOS können Sie nicht entfernen. Wenn Sie den Flash-Chip dann quasi entfernen, dann macht Ihr Gerät kein Mux mehr. Also das BIOS ist unbedingt notwendig. Und wenn das also fehlhaft ist, startet Ihr System nicht mehr. Ja, der Bootvorgang, ich meine, der ist ähnlich wie beim BIOS, heißt nur anders. Also auch Hardware initialisieren. Dann so Treiber laden. Und dann, der Unterschied ist hier, ich habe ja erzählt, das sind so, bei BIOS wird zum ersten Sektor geladen. Und hier wird direkt das Dateisystem der Festplatten untersucht und eine Anwendung gesucht, die man ausführen kann. Dann steuert das Betriebssystem und das Betriebssystem übernimmt. Das heißt, soweit die Firmware vorbei ist, ist das Betriebssystem dran und nachher das BIOS und das UEFI gar keine Bedeutung mehr. Ja, also das mal kurz zur Firmware. Also Firmware braucht uns jetzt nicht zu sehr zu interessieren. Ich wollte es nur mal erwähnen. Was viel interessanter ist, sind Desktop-Betriebssysteme. Das sind die, die wir 99% unserer Zeit nutzen. Okay, mittlerweile sitzen Sie vermutlich mehr an Mobilbetriebssystemen wie Android. Aber auf jeden Fall sitzen Sie in der Regel vor irgendeinem Betriebssystem. Schauen wir uns erstmal den Marktanteil an. Also hier kann man sehen, den Marktanteil bis Juli 20. Also die Statistik ist ein bisschen über ein Jahr alt. Was man ja aber kontinuierlich sehen kann, ist, also Windows, da der Marktanteil von fast 100% nimmt so langsam ab. Und bei macOS nimmt der kontinuierlich zu. Und bei Linux kann man sehen, da passiert einfach gar nichts. Also, ja, es ist jetzt vielleicht von 0,01% auf 0,05% gestiegen. Aber man kann sagen, Linux ist am Desktop noch quasi irrelevant. Leider. Das Jahr des Linux-Desktops, was immer beschworen wird, ist noch immer nicht gekommen. Ja, aber warum macOS Marktanteil gegen immer Windows gewinnt? Öh, keine Ahnung. Ist halt so. Also, weiß ich nicht, macOS hat, der wird halt gerne gekauft. Ist jetzt aber auch kein wirklich ein Grund. Genau, herrscht denn bei Linux natürlich auch kein kommerzieller Gedanke. Das ist korrekt. Das heißt, die haben vermutlich auch einfach weniger Werbung. Und deswegen kriegt es natürlich einfach keiner mit. Windows ist in der Regel vorinstalliert. Ja, und bei macOS, also bei Apple, wenn sie genug Geld haben, können auch macOS vorinstalliert. Linux bekommen sie quasi nirgendwo. Nein, Linux war nie wirklich größer. Es gab schon Vorgängersysteme, die waren weiter verbreitet. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber wir reden jetzt erstmal über Windows. Das ist ja das System, was die meisten kennen. Jetzt auch die Frage, was war der Auslöser für den Einbruch im Januar 2019? Das kann ich nicht sagen. Ja, keine Ahnung, was da war. Könnte auch ein Messfehler sein. Habe ich nie drüber nachgedacht. Also macOS ist da ja nicht gestiegen. Ich wusste jetzt nicht, was Juni 2019 rauskam. Genau, also das ist so. Windows ist ja das am weitesten verbreitete Betriebssystem auf Desktop-PCs. Genau, das ist von Microsoft entwickelt. Es stammt ursprünglich von MS-DOS ab. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Und das ist proprietär. Proprietär heißt, sie können an dem Windows-System selbst nichts verändern. Sie bekommen ja das Windows von Microsoft. Und alles, was Microsoft mit jedem Update ändert und nerviger macht, kriegen sie auch nicht mehr los. Also das ist proprietär. Und hier rechts können Sie mal die unvollständige Versionsgeschichte sehen. Also ich habe mal ein paar Versionen weggelassen. Sie können also sehen, auf der einen Seite ging es hier los mit MS-DOS, Windows 1, dann gab es noch Windows 2.3, dann 95, 98, das ist so die Consumer-Seite, kann man sagen. Und hier links ist so die Firmenseite, das ist NT und 2000. Das war für Firmen links und für Privatnutzer rechts. Und dann vereint wurde bei der Zweig mit XP. Dann war das quasi, XP ist quasi ein Windows 2000 mit dem Kaugummi-Log. Das war so kunterbunt, aber im Prinzip war es ein Windows 2000. Da haben die quasi beide Linien vereint. Genau, dann kam so Windows 7. Ja, da fährt natürlich Vista und Windows 8. Genau, ich habe ein paar ausgelassen, damit der Grab kürzer ist. Aber Vista und Windows 8 mochte sowieso niemand. Dann Windows 10 und vor wenigen Tagen kam ja Windows 11 heraus. Aber das hat so extreme Hardware-Anforderungen, das wird vermutlich auf den meisten ihrer Computer nicht laufen. Also ich habe zu Hause keinen einzigen Computer, wo ich Windows 11 installieren kann, weil meine Hardware zu alt ist. Weil das braucht ja Prozessoren, die maximal so drei oder vier Jahre alt sind. Und ich nutze meist alle Hardware, bis sie auseinanderfällt. Das heißt, mein Laptop ist von 2012 und der läuft noch immer. Nur halt dann nicht mit Windows 11. Ah ja, ihr merkt einer an, der piekt dort. Der Aufsteiger war vielleicht wegen Chrome OS. Das kann sein, dass es vielleicht Chrome OS war. Aber Chrome OS, das habe ich vergessen. Chrome OS ist ja eher gefloppt. Genau, also das erste System, was so bei Windows basierend war, war... Also der Ursprung von Windows ist MS-DOS. Das kam 1981 aus MS-DOS 1.0. Und das basiert auf QDOS. Und ja, das QDOS ist quasi das Quick-and-Dirty-Operating-System. Das heißt, Microsoft hat DOS nicht entwickelt, sondern die haben es, glaube ich, für 50.000 Dollar gekauft. Das eh in etwas nennt sich CPM, was das auch immer sein mag. Das ist halt ein anderes Text-Modus-System. Es ist reiner Text-Modus, also auch so eine Konsole, wie Sie von Linux kennen. Kann nur deutlich weniger. Und Ordner gab es erst mit DOS 2.0. Und DOS ist leider noch immer verbreitet bei so manch alter Steuersoftware. Deswegen gibt es auch freie Alternativen, die DOS-kompatibel sind. Zum Beispiel FreeDOS. Und manchmal wollen Sie vielleicht so alte DOS-Spiele spielen. Und naja, so alte DOS-Spiele laufen unter Windows 10 nicht mehr so richtig. Da gibt es sogenannte Emulatoren. Die simulieren einen alten Computer mit DOS. Da gibt es zum Beispiel DOS-Box und PCM. Ja, das ist jetzt die Frage für Windows 11. Warum wird denn die Hardware benötigt? Also Microsoft, das ist unter anderem auch einfach mal um die Wirtschaft etwas zu pushen, könnte man sagen. Also was die unter anderem brauchen, ist einen Prozessor mit so einem eingebauten Chip für Hardware-Verschlüsselung. Die wollen quasi machen, das waren bei allen Geräten, das ist bei Android schon seit Ewigkeiten der Fall, dass das System standardmäßig verschlüsselt wird. Und dafür braucht man so ein sogenanntes TPM-Modul. Und dieses Modul fehlt, so ein aktuelles Modul fehlt bei fast allen Heimrechnern. Also verschlüsseln heißt hier zum Beispiel, wenn jemand ihren Laptop klaut, dann sind halt die Daten verschlüsselt und er kann damit nichts anfangen. Das schlafen sie also gut. Ja, es macht irgendwie Sinn, das standardmäßig anzumachen, als bei normalen PCs halt kaum verbreitet. Und bei Desktop-PCs, naja, wer trägt schon den Desktop-PC aus irgendeinem Wohnzimmer heraus oder so. Also ich denke mal, Hauptgrund ist einfach Wirtschaftsförderung, weil momentan läuft einfach, wie gesagt, zehn Jahre alter Computer, läuft noch immer alles top. Ein bisschen langsam vielleicht, aber es geht. Man könnte sagen, vielleicht unsere Hardware verkaufen. So, und was wir mal hier sehen, ist eine MS-DOS-Installationsdiskette. Das ist, glaube ich, Diskette 1 von 6. Das sind so, ich habe hier leider gerade keine zur Hand, das sind solche 3,5 Zoll sind die große, sowas Quadratisches, mit so einem kleinen Magnetstreifen drauf. Sie kennen das vermutlich vom Speichersymbol. Also das Speichersymbol, was sie in vielen Programmen haben, ist noch eine Diskette, weil früher hat man auch Disketten gespeichert, das war der einzige Datenträger. Und dieses Ding war extrem langsam, war ständig kaputt, also Disketten sind grauenhaft, machen sehr schöne Kratzgeräusche, wenn man sie einlegt. Ja, und haben satte 1,44 Megabyte. Wir merken hier 1,44 Megabyte, das ist gar nichts, da passt nicht mal mehr eine heutige Website drauf. Ja, und MS-DOS ist, glaube ich, auf 6 Disketten, da gab es solche Späße wie Windows 3.1 waren, oder Windows 3.1 waren, glaube ich, auf 30 Disketten oder sowas. Also wer kein CD-Laufwerk hatte, hatte sehr viel Spaß mit Disketten. Sind mittlerweile aus der Mode gekommen. Ein paar von ihnen haben vielleicht noch welche im Schrank liegen. Stimmt, hier merkt einer an, vielleicht kennt man die noch aus dem IT-Unterricht in der Schule. Ja, das könnte traurigerweise der Fall sein, dass dort noch irgendwelche Disketten rumlagen, weil unsere Schulen noch mal prächtigen IT-Unterricht haben. Was erscheint zu MS-DOS von modernen Systemen? Das erste, MS-DOS ist ein reines Einzelbenutzersystem, das heißt, es gibt keine Benutzeraccounts, keine Trennung, irgendwas. Ist also sehr einfach, sie haben ihren Prompt, können dort alles machen und das war's. Sie können auch immer nur ein Programm laufen lassen, nicht mehrere, was heutzutage undenkbar wäre. Keine Zugriffsrechte, braucht man ja nicht bei einem System, was keine Accounts hat. Und MS-DOS greift direkt über diese BIOS-Dienste, also diese Interrupts, auf die Hardware zu. Das heißt, sie haben da irgendwie keine Gerätetreiber dazwischen, sondern MS-DOS hat direkt hardwarenah auf die Hardware zugegriffen. Und es gab auch kein Sicherheitsmodell, ein Programmfehler und sie durften Reset an ihren Computer drücken. Das war früher ganz schlimm, auch so bis Windows 98 hoch. Auch ständig kein sauberer Schutz, kein sauberes Sicherheitsmodell. Irgendwann kam ein blauer Bildschirm und man durfte neu starten. Bei Windows 98 durfte man locker fünfmal am Tag Reset drücken oder sowas. Ja, und da könnte man jetzt natürlich streiten, ist MS-DOS überhaupt ein modernes Betriebssystem? Also im modernen Sinne ist es ein Betriebssystem, eher nicht, weil es kann im Prinzip nichts von den Anforderungen, die man einem Betriebssystem stellt. Aber man muss es halt im historischen Kontext betrachten. So, und ich habe jetzt geschrieben, ein Bug führt zum Absturz. Wo kommt denn der Begriff Bug her? Der Begriff Bug kommt, die Legende dazu ist, da war er halt bei so einem 1947, wo er in einem Relay-Computer, also früher waren die ja alle mechanisch, die Computer, da war er in so einem großen Relay. Hat irgendein Taschenrechner, so eine große Kiste, falsch gerechnet. Und die Ursache dafür war dann eine Motte, die sich in der Schaltung verfangen hat. Und da kommt der Begriff Bug her. Ja, das Original, ich hoffe mal, das Original-Protokoll davon. Und auch die Motte aufgeklebt. So, das erste grafische System war dann Windows 1.0. Das kam 1985 aus, also vier Jahre später. Und eigentlich war das gar kein eigenes Betriebssystem. Das war einfach nur eine grafische Oberfläche für DOS. Aber sie konnten jetzt mehrere Programme ausführen, aber auch nur eins gleichzeitig im Vordergrund. Das heißt, kooperativ heißt, die Programme mussten selber sagen, wenn sie fertig sind. Das heißt, wenn ein Programm sich aufhängt und nicht mehr sagt, dass es fertig ist, können sie wieder Reset drücken, weil ihr System friert ein. Ist also nicht wirklich besser als DOS, weiterhin sehr primitiv. Und Sie sehen, Sie haben dort rechts Dargestellungen wie 300 Kilobyte RAM. Heutzutage ist das natürlich lächerlich wenig. Und auf den Datenträgern sind SATA 860 Megabyte frei. Ich würde sagen, das war schon fast unbezahlbar zu der Zeit, so eine 1 Gigabyte Festplatte. Also ich denke, das wurde in irgendeinem Emulator oder sowas ausgeführt. Genau, dann kam Windows 2. Das war ein Upgrade zu 1, ist egal. Dann kam 1990 Windows 3.0 raus. Und das ist so das erste ernstzunehmende Windows, könnte man sagen. Das ist hier mal rechts dargestellt. So, wenn Sie so Windows 95 oder 98 mal genutzt haben, werden Sie viele Symbole wiedererkennen. Und das ist das erste, was auch virtuellen Speicher hatte. Virtuellen Speicher heißt, Sie konnten mehr Arbeitsspeicher quasi verbrauchen, als Sie eigentlich hatten. Da wurden dann quasi Programme auf der Festplatte ausgelagert. Das heißt, das könnte man so sagen, ist die erste ernstzunehmende Windows-Version. Die habe ich aber auch nicht mehr erlebt. Unsererster Computer hatten wir so 1998. Das heißt, da war gerade Windows 98 in Mode. Das war jetzt der Consumer-Teil, also was normale Benutzer hatten. Und im Firmenbereich gab es direkt Windows NT. Das sah genauso aus wie Windows 3.1. Aber es war ein komplett neues Betriebssystem. Also die Oberfläche sah aus wie bei Windows 3. Aber es ist komplett neu entwickelt. Und das war auch das System, was quasi alle Aspekte erfüllt, die man in ein modernes Betriebssystem stellt. Mehrere Benutzer, Sicherheit. Das heißt, Sie können es nicht abstürzen lassen. Das heißt, das ist ein modernes System. Und darauf basiert dann auch Windows 2000 und dann auch Windows XP. Das heißt, Microsoft hat dieses ganze schlechte Home-Zeug eng gemottet zum Glück. Und ab Windows XP war eigentlich alles recht stabil. Es gab nur viele Proteste, weil Haufen Programme liefen nicht mehr, weil die irgendwie Hardware-nah geschrieben waren. Aber das hat sie dann auch mit der Zeit von selbst gelöst. Ja, genau wie ich es gesagt habe, ab XP vereinigt. Und mobil gibt es Windows gar nicht mehr. Da gab es Windows Mobile bis 2017. Das wurde dann aber eingestellt. Einfach, weil Microsoft hatte da überhaupt keinen Marktanteil unter einem Prozent. Die hatten einfach keine Chance gegen Android. Weil jeder hatte Android-Geräte, die wurden überall hinterhergeworfen. Und Microsoft kam da auch viel zu spät. Also mobil ist Windows raus. Ja, also das ist Windows. Und die parallele Linie zu Windows ist Unix. Das ist quasi alles andere, was nicht Windows ist. Also Unix ist von 1970. Das heißt, das ist sogar elf Jahre älter als DOS. Und dieses System, das war bereits multitasking, multi-userfähig, weil das lief auf sogenannten Mainframes. Mainframes sind riesige Schränke in Serverräumen. Also wirklich Riesenteile. Kann man sich jetzt kaum noch vorstellen. Da war so ein ganzer Raum einfach in einer Riesenkiste voll. Und der Computer war so schnell wie etwa ein Laptop, den Sie jetzt auf Ihrem Tisch stehen haben. Oder in der Regel ist der Laptop sogar schneller gewesen. Das war eigentlich schon ein sehr modernes System. War mehr nutzerfähig. Also konnte eigentlich alles, was auch Windows NT konnte. Und das bereits elf Jahre vor MS-DOS. Dann fragt man sich jetzt natürlich, warum hat sich MS-DOS durchgesetzt? Ganz einfach. Unix war nicht an Privatkunden vermarktet. Das heißt, das Zeug war unbezahlbar teuer und man brauchte richtige Server-Schränke. Das heißt, es konnte sich keine Privatperson leisten. Und so hat einfach Microsofts bessere Marketing gehabt. Sie hatten quasi einen glücklichen Riecher, dass Computer auch für Heimanwender vielleicht relevant werden. Und das hat man bei Unix irgendwie komplett ignoriert. Ja, und Unix hat sehr viele Derivate. Selbst Microsoft hatte mal eins. Dann hat sich Xenix. Ist aber auch nicht mehr relevant. Ja, und jetzt möchte ich ja mal die Versionsgeschichte zeigen von Unix. Da wechsle ich mal auf einen anderen Bildschirm, weil das ist ein bisschen unübersichtlich. Genau, also das hier ist quasi jetzt die Unix-Versionsgeschichte. Sie sehen, es ging so 1969 los. Ich glaube, ich hatte 71 gesagt. Das erste Unix. Dann sind hier ganz, ganz viele Verzweigungen. Hier sieht man zum Beispiel Xenix. Dann sieht man hier so BSD. Wo ist denn Linux? Genau, hier unten ist Linux. 1991. Da kann man auch drauf zu sprechen. Und irgendwo hier finden wir auch noch macOS. Genau, hier ist macOS. Sie sehen, macOS stammt ursprünglich, wenn man sich das anguckt, ist ein Unix-System. Stammt von BSD ab. Und hier unten sieht man macOS. Und ab 2001 heißt es halt macOS X. Ja, und Linux ist offensichtlich nicht Unix-basiert, weil das fängt direkt hier an mit Linux 001. Und was Sie halt nicht finden werden, ist Windows. Ja, und es gibt noch immer sehr viele Unix-Systeme. Aber mittlerweile muss man sagen, die sind alle fast gleich. Also egal, welches Unix Sie nehmen. Also vielleicht AIX oder sowas. Das gibt es eigentlich gar nicht mehr. Es gibt eigentlich nur noch Linux, macOS und so BSD-Derivate. Egal, welches System Sie nutzen, die sind alle gleich. Also Sie haben das gleiche Terminal, Sie haben die gleichen Befehle. Also das, was wir im Praktikum besprochen haben, geht auf allen. Ja, das sind so die verschiedenen Unix-Versionen. Sie sehen sehr viel. Ja, und auf Linux und macOS kommen wir nachher noch zu sprechen. Genau, also das hier ist der PDP 7. Dort wurde halt Unix draufentwickelt. Das ist ein, in Anführungsstrichen, Minicomputer von 1969. Der hat 72.000 Dollar zu der Zeit gekostet. Das wäre heutzutage mit Inflationsausgleich ja von einer halben Million. Und Sie sehen, so ein Minicomputer, die Minicomputer da war nicht ganz so mini, ist etwa so groß wie ein Kleiderschrank. Ja, wir unterscheiden sich die Versionen, wenn alle gleich sind. Also im Prinzip, die haben alle ihren eigenen Körnel. Also die Hardware-Ansteuerung verläuft bei allen anders. Aber mittlerweile ist halt die ganze Software, also das, was der Nutzer verwendet, das ist mittlerweile alles gleich. Also die Nutzer-Tools sind gleich, aber der Körnel ist anders. Das heißt, wenn Sie Hardware entwickeln, es gibt es Unterschiede, aber wenn Sie es einfach nur nutzen, verhalten die sich alle identisch. Das war früher nicht so. Das hat sich halt mittlerweile angeglichen, weil Linux halt mit, dass Unix mit dem größten Marktanteil ist. Deswegen haben sich dann alle an Linux angepasst. Ja, und das hier ist mal ein VT100 Terminal von 1978. Sie kennen ja diese schwarzen Fenster mit blinkenden Cursor aus Xenox. Das sind so Terminal-Emulatoren, also Programme, die Terminals ausführen. Und was Sie hier sehen können, ist mal so ein richtiges Hardware-Terminal, ein VT100. Und es hat auch schon so Sachen drin, wie Zeile löschen und andere Sachen. Sie kennen so Störung K, Zeile löschen zum Beispiel. Das sind alles Sachen, die kamen von dem VT100. Das heißt, das Xenox-Terminal ist mit dem VT100 kompatibel. Sie sehen, das ist alles sehr historisch. Ist ja schon gut 40 Jahre alt. Ja, und jetzt wurde ja gesagt, es gibt viele Unix-Varianten. Und die sind aber irgendwie vom Software aus irgendwie alle gleich. Und das ist quasi der sogenannte POSIX-Standard. POSIX heißt, es ist ein Standardisierungsversuch. Das heißt, es gibt feste Tools, die Sie haben, zum Beispiel LS, um zu listen, oder PWD, um den aktuellen Ordner auszulesen. Das hatten wir im Praktikum. Ja, und das bedeutet auch, ja, Sie können sich überall einloggen und es geht ungefähr gleich. Und Linux ist quasi POSIX-kompatibel. Das heißt aber nur so, weil Linux hatte halt, es gibt ja mehrere Linus-Versionen, die hatten einfach kein Geld, keine Lust, Geld für die Zertifizierung auszugeben. Aber im Prinzip sind sie POSIX-kompatibel. Es gibt, haben halt nur kein Zertifikat dafür. Ja, und das Wichtigste, Unix, okay, neben macOS natürlich, was mehr verbreitet ist, auf Desktops. Also Linux ist Unix-artig. Das heißt, es war eine Neuentwicklung. Das wurde 1991 von Linus Torwald entwickelt. Das gab es erstmal nur für Intel-Prozessoren. Und es ist sogenannte freie Software unter der GNU-GPL-Lizenz. Was das ist, sage ich gleich noch. Und es ist das erfolgreichste Unix-System. Ja, in der rechts nochmal dargestellt. Etwa 91 und dann ging es immer weiter. Und das hier ist die Mail, die Linus an eine sogenannte Mailing-Liste geschickt hat, wo er sein System vorstellt. Ja, hallo an alle da draußen, die Minix nutzen. Ich habe ein freies Betriebssystem entwickelt. Es ist nur ein Hobby. Das wird nichts Großes werden, wie er sich da gehört hat. Ja, für Intel-Prozessoren. Ja, ich habe schon ein paar wichtige Programme portiert. Ja, und wenn es jemand nutzen möchte, ja, nutzt es einfach. Gibt auch Quelltext dazu. Kostet nichts. Ja, und so war dann halt Linux geboren. Und ist mittlerweile eigentlich überall irgendwie zu finden. Vor allem auf Servern. Oder auch wie in eingebetteten Geräten. Zum Beispiel ihr Router, den sie nutzen, um so WLAN und Internet zu machen. In der Regel sind die Linux-basiert. Oder auf einem anderen Unix-System, zum Beispiel BSD. Ja, und ich habe ja gerade gesagt, das Linux steht nur GPL. Was ist ein GPL? Also die GPL ist eine sogenannte Software-Lizenz. Und das ist von einem Projekt namens GNU. Das wurde von Richard Stallman gegründet. Und der ist ein sehr starker Verfechter von freier Software. Und der ist auch generell gegen alles, was so gegenüber Überwachung ist und so weiter. Ich habe da mal ein Interview mit dem gesehen. Ich glaube, der Arbeit beim MIT war es. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Der hat halt erzählt, die haben dort halt bei allen Türschlössern halt, also die haben die Schlösser entfernt, mit Kartenlesegeräten entfernt. Und er hat so lange protestiert, bis sie ihm wieder ein richtiges Schloss eingebaut haben für sein Büro, weil er nicht möchte, dass es einen Protokolleintrag gibt, wenn er in sein Büro geht. Also er ist sehr für Privatsphäre, setzt er sich ein. Und zum Beispiel hat er auch das Interview nur auf den Flur geführt, weil er nicht wollte, dass der Inhalt seines Büros auf Kamera ist. Ja, und so einmal danach sollte jeder jeglicher Code frei sein und von jedem verändert werden können. Das ist so die Idee von GPL-Code. Das heißt, wenn Sie Software verwenden, die unter GPL steht, das ist auch Linux, dann müssen Sie auch jeglichen Code, den Sie da ranbauen oder der es nutzt, auch öffentlich machen. Das heißt, das ist für Firmen ziemlich unattraktiv, weil die dann ihren kompletten internen Quellcode veröffentlichen müssen. Aber das hat quasi auch für den Erfolg von Linux geführt, weil Linux, wenn man was zu Linux beitragen möchte, muss man den Quelltext öffentlich machen. Und wäre das nicht so gewesen, wäre Linux vermutlich nicht so groß geworden. In dem Fall war das vermutlich die richtige Entscheidung, diese Lizenz. Das heißt, Linux ist frei, nutzbar, kostenlos und kann von jedem geändert werden. Und das wird auch so bleiben. Ja, und Linux selbst ist ja nur der Kernel, also es ist das Ansprechen von Hardware-Diensten und so weiter. Genau, was Sie da noch so haben, ist die sogenannte Linux-Distribution. Distribution bedeutet, das ist quasi eine Sammlung von Software, damit Sie das Linux auch nutzen können. Weil ohne Programme ist das System natürlich nicht allzu nützlich. Und da gibt es halt verschiedene Distributionen, die verschiedene Ziele haben. Hier mal ein paar exemplarisch genannt. Einsteigerfreundlich sind zum Beispiel Ubuntu und Mint. Mint haben wir hier in der Hochschule. Ubuntu hat WSL installiert. Einsteigerfreundlich heißt, die sind halt irgendwie so designt, dass man sie leicht installieren und benutzen kann. Ein mehr fortgeschrittener Nutzer richtet sich Arch Linux und Gentoo. Bei Arch Linux die Installation, also die haben da keine grafische Oberfläche am Installieren. Sie bekommen ein Konsolenfenster. Und der einzige Text, der da kommt, ist, ruft bitte auf einem anderen Computer das Arch Wiki auf und liest dir die Installationsanleitung durch. Ja, dann installieren sie das auf der Konsole. Dauert meist 1-2 Stunden. Dann startet man neu und dann stellt man fest, ah, ich habe vergessen, das Netzwerksystem zu installieren. Ich muss nochmal neu starten und das Netzwerk nachinstallieren. Also das ist Arch Linux, das nehme ja ich. Was ist da der Vorteil daran? Man weiß halt, wie das... Man kennt halt quasi das System, weil es passiert fast nichts automatisch. Und die Pakete sind immer top aktuell. Bei Ubuntu sind die Pakete meist so ein halbes Jahr hinterher, weil die etwas strikter getestet werden. Gentoo ist für Leute, die wirklich alles von selbst aus dem Quelltext bauen möchten. Das ist nicht so empfehlenswert. Und für Server-Systeme ist meist Debian oder viel Dora im Einsatz. Das ist einfach, weil an Server-Systemen gibt es andere Anforderungen. Bei Servern geht es ja darum, dass die halt zuverlässig sind. Deswegen wird da halt Software-Distribution eingesetzt, wo die Software nicht ständig ausgetauscht wird, sondern nur alle paar Jahre. Es gibt also einen sehr langen Support-Zeitraum. Ist also immer abhängig davon, wie ihre Anforderungen sind. Und bei Distribution gibt es auch massive Mengen. Hier ist mal einmal dargestellt von DistroWatch eine Art Periodensystem von Linux-Distribution. Kann man jetzt natürlich kaum lesen, weil es viel zu klein ist. Genau, also hier mal die Distributionen. Nochmal in groß, so wie ein Periodensystem angeordnet. Das, was irgendwie zusammengehört hat, hat die gleiche Farbe. Sie sehen jetzt schon mal sehr, sehr viele Linux-Distributionen. Warum gibt es so viele? Naja, jeder, wie gesagt, Linux ist freie Software. Man kann damit also machen, was man will. Da gibt es halt so hoffen verschiedene Systeme mit verschiedenen Anwendungszwecken. Das ist mal so als Periodensystem dargestellt. Und dann mal noch was anderes. Ich hoffe mal, das stürzt jetzt nicht ab, weil das ist eine Riesendatei. Diese Datei hier zeigt die relative Zugehörigkeit von den Linux-Systemen. Sie sehen, das hat sehr viele, sehr viele Striche. Ich versuche da mal ranzuzoomen. Das ist zum Beispiel Debian. Und Sie sehen, von Debian gehen da irgendwie extrem viele andere Systeme ab. Irgendwie Black Reno, nie gehört, Death City, Voyage Linux, PureOS und so weiter. Also ganz, ganz viel Zeug. Das meiste wurde auch irgendwann eingestellt. Sieht man daran, dass die Linien irgendwann aufhören. Also Debian hat sehr viele Derivate. Ubuntu und Mint basieren auch auf Debian. Da gibt es irgendwie noch Segware aus 92. Also eine unzählige Menge an Distributionen, die meisten natürlich komplett irrelevant. Und was man hier auch findet, ganz unten, ist Android. Weil Android ist ja auch Linux basiert. Das geht hier 2007 los. Basiert nicht auf irgendeinem anderen Distribution. Das ist nur der Curl mit eigenen Laufzeitumgebungen. Also Distributionen sind quasi eine Sammlung von Anwendungen, mit denen gearbeitet werden kann. Genau. Und je nach Anwendungszweck sind die halt so designt, dass sie halt einen bestimmten Zweck erfüllen. Ja, und neben Linux gibt es natürlich noch macOS. macOS basiert auf BSD. Und die Lizenz ist proprietär. Und das verwendet BSD-Code. Also ich hatte ja vorhin erzählt, Linux ist GPL, ist also freie Software. Und jetzt irgendwie, warum ist jetzt macOS proprietär? Müssen die etwa nicht ihren Quelltext rausgeben? Nein, müssen sie nicht. Denn die MIT- oder BSD-Lizenz besagt, man muss halt nennen, wo der ursprüngliche Quelltext herkam. Aber wenn man Änderungen macht, kann man die unter einer beliebigen Lizenz veröffentlichen und muss nichts zurückgeben. Das heißt also, macOS hat halt BSD massiv weiterentwickelt und dann aber keine einzige Änderung zurückgegeben groß, weil die Lizenz hat so erlaubt. Und deswegen kann man sagen, BSD ist halt einfach nur nie so groß geworden im Gegensatz zu Linux, weil es gab halt nicht diesen Zwang, Quelltext rauszugeben. Ja, und jetzt kann halt Apple proprietär macOS weiterentwickeln. Ist also ein ähnlicher Zustand wie bei Windows. Genau, das hatte ich schon gesagt. Auf dem Desktop ist Windows stark verbreitet, einfach weil Unix nicht für Heimanwender vermarktet war oder viel zu spät. Ja, und das Jahr des Linux-Desktops, also anhand des Diagramms hat man gesehen, weiß man noch nicht so richtig, wann das passieren wird. Mittlerweile trägt aber auch Microsoft wichtige Komponenten zur Linux-Entwicklung bei. Und mittlerweile kann ja auch ab Windows 10 Linux direkt installiert werden. Das war dieses WSL, wo wir dieses Ubuntu-Terminal bekommen haben. Und wenn man auf dem Desktop wegschaut, ist Linux oder Unix der Marktführer. Auf eingebetteten Geräten, wie Ihrem Router zum Beispiel, gibt es eigentlich nur Linux oder BSD. Und Ihr Smartphone ist auch Linux, also Android- oder BSD-basiert, iOS. Da gibt es gar kein Windows. Also abgesehen von Desktops ist Windows fast schon irrelevant, kann man sagen. Zu Mobilgeräten möchte ich jetzt nicht so viel sagen. Weil, wie gesagt, Android ist Linux-basiert. Die Software sieht halt komplett anders aus, weil an Mobilgeräten gibt es halt andere Anforderungen. Die müssen halt irgendwie mit Touch gesteuert werden können. So ein Linux-System ist ja eher wenig Touch-optimiert. iOS-basiert auf macOS. Ja, und Windows-Phone war Windows-basiert. Das gibt es ja nicht mehr seit 2017. Man kann also sagen, hier hat Linux, Unix quasi gewonnen. 100% Marktanteil. Wenn Sie mal von irgendwelchen Seniorentelefonen absehen mit irgendwelchen großen Tasten und Bildschirmen, das ist irgendein anderes proprietäres System. Aber da ist vermutlich der Marktanteil kleiner als 1%. Das kann man eigentlich außen vor lassen. Oder noch deutlich kleiner als 1%. Ja, warum unterstützt jetzt Windows-Linux? Schaltet man sich da nicht selbst? Ja, im Prinzip schon. Also es ist wieder so was wie, also zuerst ignoriert man sie und dann akzeptiert man sie und dann wird man quasi davon verdrängt. Also bis jetzt hat Microsoft quasi immer Linux ignorieren können. Also komplett ökendes Linux gibt. Wir haben die aber irgendwie gemerkt, vor allem so, es gibt halt so viele Programme, vor allem im Bereich maschinelles Lernen. Also maschinelles Lernen ist so was wie, Sie haben so Haufen Bilder und versuchen dann mit einem Verfahren quasi Muster darin zu erkennen. Zum Beispiel auf diesem Bild ist ein bestimmtes Tier drauf. Und dieses ganze maschinelle Lernen wird stark von Google forciert. Und das ist alles Linux basiert. Und da haben wir halt gemerkt, auf Server-Systemen und auch hier auf dem Desktop installieren mittlerweile Haufen Leute Linux, um so maschinelles Lernen und so was zu machen, weil es unter Windows schlecht geht. Und dann musste halt Microsoft reagieren, sodass man es dann auch unter Windows machen kann. Also man kann sagen, das ist eher Eigenschutz. Und ich denke mal, man muss halt sagen, das Linux installiert eigentlich wirklich nur jeder, der irgendwie was in Richtung Programmieren oder so machen möchte. Als normaler Nutzer installiert niemand Linux unter Windows. Wir haben jetzt auch das WSL ja nur installiert, weil ich das hier in der Fäusung nutzen werde, dann um das Terminal zu bedienen. So wie wir es letzte Woche im Praktikum gemacht haben. Aber jemand, der ein PC kauft, wird wohl nicht als aktive Kaufentscheidung haben, da ist Windows vorinstalliert oder da ist Linux vorinstalliert. Also man kann hier sehen, also anfangs gab es hier so einen großen Preis, so 2009, war noch verbreitet Symbian. Das war von, ich glaube, das war von Nokia. Symbian war eigentlich ein recht anständiges System, aber dann wurde, Nokia wurde dann von Microsoft aufgekauft und ja, dann ging es abwärts. Man kann auch sehen, Android hat quasi Symbian komplett verdrängt und iOS ist irgendwie so konstant. Ich denke mal, diese Ausschläge bei iOS sind immer, wenn Apple ein neues iPhone rausbringt. Das ist immer so ein Ausschlag pro Jahr und dann kaufen halt erstmal Leute neue iOS-Geräte vermutlich oder man tauscht nochmal aus, gibt nochmal neue Versionen. Sie sehen, irgendwie Android und iOS wechseln sich immer ab und der Rest hat keine Relevanz mehr. Ja, und was es auch noch gibt, neben normalen Computer, Laptops und Servern und so weiter, gibt es ja auch noch Internet of Things. Was ist Internet of Things oder IoT? IoT haben Sie ja mutig schon mal gehört. Das sind im Prinzip andere Geräte mit Internetverbindungen, zum Beispiel Ihre Xyburne hat eine Internetverbindung, Ihr Kühlschrank oder Ihre Uhr. Da können Sie halt quasi aus der Entferne bei Ihrer Xyburne das Licht an- oder ausmachen. Also für was man so immer, also so Heimautomatisierung in der Regel. Da können Sie dann auch so Informationen auslesen, zum Beispiel, wie ist der Status von dem Gerät und es gibt bereits Milliarden von diesen Geräten und oft ist mittlerweile so dieses IoT so eine Beigabe, das heißt, Sie können teilweise gar nicht mehr Geräte kaufen, wo das nicht dabei ist. Sollen Sie mal auf Ihren Fernseher, suchen Sie mal einen Fernseher, der keine Internetverbindung hat. Weil die Internetverbindung vom Fernseher wird natürlich genutzt, um Werbung einzublenden, deswegen hat jeder Fernseher mittlerweile eine Internetverbindung, man bekommt gar keine normalen mehr. Ja, und so Milliarden Geräte wirft so ein paar Probleme auf, man muss die irgendwie ansprechen können und die Lösung dafür ist das sogenannte IPv6. Was IPv6 ist, besprechen wir in einer späteren Vorlesung. Ja, Smart Home habe ich schon gesagt. Ja, und hier ist so die geschätzte Anzahl von IoT-Geräten von 2016 bis 2020 in Millionen Einheiten. Sie sehen, das sind sehr viele, irgendwie Vertical Specific heißt irgendwie, es ist glaube ich im, ich weiß gar nicht, ob der Unterschied zwischen Quartz Industry und Vertical Specific war. Ich meine, wenn Sie Betriebswirtschaft studieren, kennen Sie die Begriffe vielleicht. Ja, wie ist das so mit der Sicherheit von Smart Home Geräten? Also in der Regel gilt bei Smart Home Geräten, die werden so billig wie möglich produziert. Das heißt, die Sicherheit ist oft eine Katastrophe und die sind ein häufiges Einfallstor für Angreifer, was man so hört. Man hat zum Beispiel irgendwie so smarte Türklingen oder sowas und dann muss quasi jemand, der in die Firma eindringen möchte, nicht mehr eindringen, sondern der steckt einfach sein Netzwerkkabel an die Türklingel an. So vorbekannt gesagt ist direkt ein Netzwerk drin. Aber was ich mal im Video gesehen hatte, es gibt zum Beispiel auch dieses von Amazon, dieses Alexa, wo man so Sprachbefehle hinschicken kann. Dann auch sowas wie für Heimautomatisierung, Alexa, mach mir die Tür auf. Ich hoffe mal, ich habe bis bald keinem die Tür aufgemacht. Und da gab es so ein Video, da schreit jemand von draußen rein hier, Alexa, mach mir die Tür auf. Und der schreit halt so laut, dass Alexa drin hört und schießt ihm von draußen die Tür auf. Also IoT ist auch eine riesen Sicherheitslücke in vielen Fällen. Meist ist die Software billigster Schrott. Es gibt nie Updates, das heißt, es wird einmal ausgeliefert und dann läuft es so lange, bis der Hersteller kein Interesse mehr an dem Produkt hat. Wenn sie Pech haben, können sie dann zum Beispiel ihr Thermostat nicht mehr konfigurieren und sie können nicht mehr heizen und müssen ein neues Gerät kaufen. Also da gibt es endlos viele Probleme, weil die binden auch gerne Cloud an. Cloud heißt, ihre Daten liegen nicht bei ihnen, sondern sonst wo, weil die müssen die natürlich auswerten und verkaufen, weil Daten sind ja so das Gold des 21. Jahrhunderts, wie es so schön heißt. Also alles wird gesammelt und verkauft und verknüpft. Ich meine, manche Anwendungen davon sind auf jeden Fall sinnvoll, andere wieder nicht, kann man selber entscheiden. Der Tag Cloud ist halt störend. Dann gibt es noch sowas, das sind so Wearable Builds, ich weiß nicht, ob die jetzt unter IoT fallen oder nicht. Wearable Builds sind halt sowas wie Smartwatches, also so Uhren mit, so programmierbare Uhren, haben vielleicht ein paar von ihnen oder Fitness-Tracker. Fitness-Tracker sind ja auch ganz schlimm, man kann da keinen mehr nutzen, ohne das irgendwie mit der Cloud zu verknüpfen. Also wenn man den Fitness-Tracker nutzen will, muss man erstmal zustimmen, dass man alle seine Daten, Gesundheitsdaten, an Google oder Apple schickt. Das ist nicht mehr ausschaltbar bei den meisten Geräten. Ja, und was vielleicht nützlich ist, ist vielleicht so die automatische Sturzerkennung für Senioren, da wird dann automatisch ein Notruf ausgelöst, sobald die Person stürzt. Das ist zum Beispiel, das haben Apple Watch Geräte, das ist zum Beispiel sehr praktisch eigentlich für ältere Leute, die alleine wohnen. Das würde ich mal sagen, ist mal eine sinnvolle Funktion. Herzschrittmacher mit IoT weiß ich noch gar nicht, aber könnt mir denken, dass es das vielleicht gibt. Bei Herzschrittmachern muss halt die Software was taugen, sonst ist das dramatisch, wenn die abstürzt. Weiß nicht, ich würde den Leuten irgendwie zutrauen, dass es das gibt, das weiß ich gerade nicht. Ich möchte eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Und was halten sie so von Sprachbedienungssoftware? Also was ich an Sprachbedienungssoftware nutze ich eigentlich gar nicht. Ich meine, die ist manchmal praktisch, weil man die Hand nicht frei hat. Aber zum Beispiel, mein Bruder hat sich jetzt so ein relativ neues Auto geholt und dort steht halt, wenn Sie die Spracherkennung aktivieren, stimmen Sie zu, die haben ja mittlerweile eine SIM-Karte drin, die Autos, wenn Sie die Spracherkennung aktivieren, dann stimmen Sie zu, dass Ihre GPS-Bewegungsdaten vom Auto-Navi für 30 Tage gespeichert und verarbeitet werden und Ihre Stimme für 30 Tage gespeichert und verarbeitet wird. Sonst geht die Spracherkennung nicht. Also mittlerweile ist das, ich meine, Spracherkennung ist lokal, ist super, aber mittlerweile wird es halt alles abgespeichert und ausgewertet. Ja, also in der Regel natürlich, es geht natürlich darum, dass Sie Ihren Großeltern dann mal so eine Uhr schenken müssen, die dann Spracherkennung hat. In der Regel haben Sie natürlich so eine nicht. Zu ZigBee kann ich nichts wirklich sagen. Ich glaube, das ZigBee läuft ja meist aber auch so, ist ja meist so lokal auslesbar über irgendein Protokoll. Das heißt, das bleibt alles in Ihrem Netz und dann haben Sie ja die volle Kontrolle darüber. Also wenn Sie so lokal abgreifen können, ist das ja super, da haben Sie die Cloud nicht, da habe ich da keine Probleme mit. Und das würde ich dann auch privat nutzen. Mir geht es dann eher nur darum, dass ich gerne selber kontrollieren möchte, wer die Daten hat und wer nicht. Und was Sie mal machen können, wenn Sie so Siri nutzen, oder nicht Siri Alexa zum Beispiel, da gibt es ja auch direkt diese runden Lautsprecher von Amazon. Die ganzen Sachen, die Sie da reinsprechen, werden ja auch ein paar Monate bei Amazon.de auf der Website gespeichert. Da können Sie sich mal in Ihr Konto ein. Da können Sie ja über die letzten drei Monate anhören, was Sie so alles an Alexa gesagt haben. Jetzt kommen noch Abstraktionsschichten. Genau, also wenn das ZigBee über einen Raspberry läuft, ist das natürlich super, weil dann ist ja alles so lokal auf diesem Raspberry. Also ein Raspberry ist so ein ein-Platin-Mini-Computer, wo Linux draufläuft und der ist eigentlich recht beliebt für so Basteleien, weil der ist recht günstig und hat ein paar so Anschlüsse halt, um so Geräte direkt anzuschließen. Genau, also ein Betriebssystem bietet ja mehrere Dienste an und ein Dienst, den ich noch ansprechen möchte, ist die Abstraktion namens Datei. Also eine Datei ist quasi, man kann sagen, das sind Stellen, auf dem Datenträger, wo Inhalte liegen. Also erstmal aus Hardware-Sicht. Also Hardware kennt keine Dateien. Die Hardware kennt halt nur Einsen und Nullen, also Bits und Bytes. Was Bits und Bytes sind, machen wir noch nächste Woche. Und das heißt, im Prinzip die Hardware bekommt nur als Information, lies mir Position X oder schreib mir an Position X und das wird dann von der Hardware realisiert und was dort steht, ist der Hardware komplett egal. Die liefert dann einfach nur zurück, was da steht und macht halt, was das Betriebssystem ihr sagt. Hier rechts ist mal dargestellt eine Festplatte, die sind ja mittlerweile auch schon fast aus der Mode gekommen. Ja, also eine Festplatte teilt sich auf in Sektor, Spur und Kopf. Ein Sektor ist quasi so ein Bereich hier. Ich hatte ja gesagt, Sektor 1, um zu starten beim BIOS. Das ist ein Sektor hier, diese einzelnen Elemente. Das ist zum Beispiel 64 Kilobyte groß. Das war ein bisschen viel, die sind glaube ich nur ein Kilobyte groß. Dann gibt es Spuren. Spuren sind diese einzelnen Ringe hier, also jeder Ring ist eine Spur. und Köpfe, Festplatten haben halt so mehrere hier so Spindeln übereinander. Ja, und das sind halt Köpfe und die Adressierung ist halt Sektor, Spur, Kopf und da kann halt das Betriebssystem sagen, wo gelesen und wo geschrieben werden soll. Und das Betriebssystem macht das halt, weil es ist natürlich viel zu umständlich, um das manuell zu machen. Und damit hier irgendwie aus diesen Sachen hier irgendwas Sinnvolles wird für den Nutzer, gibt es ein Dateisystem. Das Dateisystem ist dazu da, um Dateien zu verwalten und natürlich Ordner. Das Betriebssystem weiß also, aha, in Sektor 5 und in Sektor 10 liegen Dateien. Und ja, wie wird geschrieben? Also das erfolgt via Magnetisierung. Also da werden irgendwie per Magneten werden da irgendwie Zustände von Bits von 0 auf 1 gesetzt. Das ist bei CDs, glaube ich, anders. Bei CDs wird das direkt per Laser, wird da eine Rille eingebrannt und dort ist, wenn die Rille halt quasi, die haben wir quasi irgendwie eben oder eingebrochen. und wenn eingebrochen ist oder zurückwechst, also ein Zustandswechsel ist ein Bitwechsel. Also Sie haben irgendwie 0, dann ist eine Kerbe, wird 1, dann ist wieder normal, dann ist 0. Genau, also bei CDs wird es eingebrannt und Festplatten werden magnetisiert. Das heißt, CDs können Sie auch in der Regel nur wenig wieder beschreiben. Da gibt es dann spezielle CDs. Wobei ich nicht weiß, wie das Löschen funktioniert bei CDs. Genau, mehr dazu in der nächsten und in der übernächsten Vorlesung. Ja, wie gesagt, das ist die Dateiverhaltung vom Betriebssystem. liest Dateien, schreibt und lescht Dateien, platziert sie an geeigneter Stelle und stellt sicher, dass die Berechtigungsmodelle umgesetzt wird und es versucht auch für Datenkonsistenz zu sorgen. Das heißt, wenn es einen Stromausfall gibt, versucht das Betriebssystem sicherzustellen, dass keine Daten verloren gehen. Zum Beispiel, indem ein sogenanntes Protokoll geführt wird oder Journal. Da steht dann halt drin, welche Schreibvorgänge sind noch nicht abgeschlossen. Dann wird beim Hochfahren geschaut, ist das Journal befüllt und wenn ja, dann wird dort halt zurückgerollt. Ja, hier sind mal einige häufige Dateisysteme. Zum Beispiel, FAT für MS-DOS ist stark veraltet, NTFS für Windows. Die funktionieren alle technisch anders. Möchte ich jetzt auch nicht erklären. Die sind auf jeden Fall alle dafür da, Dateien zu verwalten. Genau, also USBs, USB-Sticks und SD-Karten sind wie SSDs, nur SSDs sind halt so optimiert, dass sie extrem schnell sind. Die meisten USB-Sticks sind ja sehr langsam und auch viele SD-Karten. Bei SSDs ist da halt sehr viel Technik reingekommen, damit das schnell ist. Genau, es gibt auch DVD-RWs, aber ich weiß gerade nicht, wie die gelöscht werden. Also, da gibt es bestimmt irgendeine Beschichtung, irgendwas anders oder sowas. Da kann ich Ihnen nicht sagen. Die lassen sich auch nicht so oft löschen. Ich glaube, so 100 bis, wenn Sie Glück haben, 1000 Mal, aber in der Regel sind ja kaum noch lesbar. Ja, und in der Dateiverwaltung gibt es ja auch Fade, da hatten wir schon drüber gesprochen. Zum Beispiel Slash ist das Wurzelverzeichnis, kennen Sie schon, Tilt ist das Homeverzeichnis, das hatten wir auch im Praktikum. Und zum Beispiel Slash Temp enthält temporäre Dateien, die sind dann nach dem Neustart des Systems weg, die liegen also im Arbeitsspeicher. Bei Windows gibt es zum Beispiel C-Doppelpunkt, das ist meist das Windows-Systemlaufwerk. Und unter C-Doppelpunkt Users und ihr Nutzername sind ihre Nutzerdaten. Ja, und alle Betriebssysteme, bei allen Betriebssystemen gilt, ein Punkt steht für das aktuelle Verzeichnis und Punkt, Punkt ist das Verzeichnis darüber. Wir hatten ja so CD, Leerzeichen, Punkt, Punkt, um ein Verzeichnis hochzugehen. Das geht auch bei Windows so. Also so generell Dateien. Und jetzt möchte ich mal noch bloß über Dateien unter Linux erzählen. Wir hatten ja schon LS verwendet und LS-L auf der Kommandozeile. Sie erinnern sich vielleicht noch an die Praktika. Und darüber möchte ich jetzt mal noch ein paar Details verlieren. Ja, die Linux-Verzeichnisstruktur ist standardisiert. Hier ist mal ein Beispiel für so eine Verzeichnisstruktur, was diese Daten enthalten. Das ist jetzt erst mal nicht so relevant. Oh, ich sehe ja gerade einen Fehler. Kommen Sie in den BIN. Das ist auf jeden Fall die standardisierte Verzeichnisstruktur. Also Sie haben zum Beispiel unter Anwendungsprogramme unter Linux in den BIN müssen Sie sich jetzt nicht merken, Geräte sind in dev. Ihr Home-Verzeichnis ist in Home und so weiter. Das ist halt so ein typischer standardisierter Verzeichnisbaum unter Linux. Und das sieht auch bei macOS so ähnlich aus, weil Linux sind den gleichen Standard. Ist ja alles Unix-basiert. Und wenn Sie so LS-L machen, bekommen Sie ja das hier. Da habe ich Ihnen gesagt, das erkläre ich Ihnen noch. Ja, und das werde ich jetzt machen. Also LS-L ist ja die Langform. Hatten wir im Praktikum. Und da sind ja so verschiedene Ausgaben. Ja, was bedeuten denn die verschiedenen Ausgaben? Das erkläre ich jetzt. Genau, also ich habe mir jetzt mal rausgezogen die zweite Zeile hier, diese movie.csv. Das mal zeilenweise hingeschrieben. Das erste, was Sie sehen, sind Datentyp und Rechte. Das besprechen wir auf der nächsten Folie, weil das etwas aufwendiger ist. So, die 1 gibt an, wie oft auf diese Datei verwiesen wird. Also Sie können im Dateisystem quasi ein paar Merke machen auf Dateien. Und das ist ein sogenannter Link-Zähler. Das müssen Sie sich nicht merken. Den braucht man eigentlich ja in der Regel nicht. Das sind mehr so interne Informationen. Interessanter ist, wem gehört die Datei? In dem Fall gehört sie mir. Dann, welche Gruppe gehört der Besitzer an? Personal, das heißt, das ist halt das Dateieigentümer. Und Personal ist das hier die Dateigröße, etwa 92 KB umgerechnet. Was ein Byte oder Kilobyte ist, besprechen wir auch noch später. Das hier ist das Änderungsdatum. Und am Ende kommt der Dateiname. Nein, also Gerätetreiber kommen nicht in Dev. Also was in Dev ist, ist quasi bei Linux geht es so die Philosophie, alles ist ein, alles ist eine Datei. Ich mache jetzt mal hier beispielhaft mal die Konsole bei mir auf. Moment. Hier habe ich jetzt mal die Konsole geöffnet. Sie sehen dann hier, das sind alles so verschiedene Geräte. Zum Beispiel SDA ist die Festplatte. Und SDB ist eine andere Festplatte. Und das heißt, ich könnte jetzt quasi von hier aus, könnte ich quasi die komplette Festplatte kopieren, indem ich SDB als Datei angebe. Das heißt also in Dev sind quasi so Geräte drin, die als Datei im System abgebildet sind. Ich kann damit also quasi direkt mit Hardware arbeiten. Das ist Dev. Also das heißt natürlich auch, wenn die Festplatte direkt als Hardware dort in Dev drin ist, das heißt, wenn Sie irgendwie halt sagen, Sie machen die Festplatte in einem Texteditor auf und überschreiben die ersten zwei Zeilen, dann sind halt die Daten auf der Festplatte weg. Also Sie können damit also quasi auch Ihre Festplatte direkt überschreiben. So, und was ich ja noch erklären wollte, ist so das hier oben, Dateityp und Rechte. Also erst mal gilt, das erste Zeichen hier vorne ist der sogenannte Dateityp. Das gängige ist Bindestrich. Bindestrich heißt, ist eine normale Datei, eine normale Textdatei oder ein Programm. Und das kleine D steht für Directory. Das ist ein Ordner. Es gibt noch andere Buchstaben, aber die werden Sie im Normalfall nicht sehen, außer Sie sind im Dev-Ordner unterwegs. In Dev sehen Sie zum Beispiel sowas wie C. Für, also es ist ein Gerät, was mit Text arbeitet. Und B, das ist ein Gerät, was blockweise arbeitet. Das ist aber wenig interessant. Deswegen ignorieren wir mal. Für Sie relevant Bindestrich und D. Wenn Sie in den Dev-Ordner wollen, machen Sie halt CD slash Dev. Geht natürlich nicht unter Windows, aber auf anderen Systemen. So, und das andere, was Sie hier noch sehen, ist die Dateirechte. Das ist das hier. Wie funktioniert das? Das werde ich dann auch nochmal in dem nächsten Praktikum demonstrieren. Also Sie haben hier quasi so jeweils drei Buchstaben stehen. Das ist einmal R, W oder X oder ein Bindestrich, wenn nicht gesetzt. Und das R bedeutet, erstmal blockweise, der erste Block ist der Benutzer. Der zweite RWX-Block ist die Gruppe. Und der dritte RWX-Block ist jeder andere, der nicht der Nutzer ist oder der Gruppe angehört. Da werden wir auch noch ein paar Beispiele machen, damit das anschaulicher ist. Daher erstmal nur die Theorie. Und R heißt die Person, in dem Fall ich darf lesen. Die Gruppe darf lesen und jeder andere, der nicht diese beiden Eigenschaften erfüllt, darf auch lesen. W bedeutet, die Datei darf modifiziert werden. In dem Fall darf nur ich die Datei hier modifizieren. Beziehungsweise bei Ordnern heißt das, nur ich darf Dateien im Ordner erstellen. Und X heißt, die Datei darf ausgeführt werden als ein Programm. Das hier ist eine normale Textdatei, das ist kein Programm. Deswegen ist das X nicht gesetzt. Und bei Ordnern bedeutet das X, dass der Ordner betreten werden darf. Also in der Regel muss das X gesetzt sein. Bei Ordnern, sonst macht das keinen Sinn. Das ist halt das einfache Dateirechte-Modell bei Linux. Wie gesagt, da kommen dann noch im Praktikum ein paar Beispiele, um das anschaulicher zu machen. Erst mal merken, es gibt drei Berechtigungsblöcke, eigener Nutzer, die Gruppe und alle anderen. Und da kann man lesen, schreiben und ausführen festlegen. So, und wie sorgt jetzt eigentlich, wir haben jetzt mit Dateien gesprochen, aber wie sorgt jetzt eigentlich die Speicherverwaltung dafür, dass die Dateien irgendwie ansprechbar sind auf der Festplatte? Wir haben jetzt noch immer nur die Sektoren. Also einmal ist ein Problem, sie haben ja ganz viele Dateien auf dem Datenträger und vielleicht wollen sie eine Datei vergrößern, weil sie noch Text reinmachen, aber direkt dahinter ist auf dem Datenträger schon eine andere Datei und deswegen können Dateien in sogenannte Fragmente unterteilt werden. Fragmente kann man sich so vorstellen, sie haben so eine Art Fragmentnummer, zum Beispiel die 12 und von dort aus gibt es einen Verweis auf eine andere Fragmentnummer oder Sektornummer, zum Beispiel die 99, dann auf die 37 und dann das Ende. Das würde hier beispielhaft heißen, die Datei ist in drei Blöcke unterteilt. Das ist dann Fragmentierung. Das sind dann die Fälle, wo Festplatten sehr langsam werden, weil dieses Fragmente-Suchen dauert bei Festplatten halt ewig, weil die drehen sich ja mechanisch. Das heißt, sie müssen auch mal warten, bis die richtige Stelle erreicht ist. Wenn eine Datei sehr viele Fragmente hat, dann dauert es halt länger. Genau, das ist auch der Grund, warum sie defragmentieren sollten, weil defragmentieren sorgt dafür, dass diese drei Fragmente so umkopiert werden, dass sie direkt hintereinander sind und das heißt, schneller gelesen werden können. Das ist bei Flash-Speichern SSD egal, weil dort haben sie ja wahlfreien Zugriff. Das heißt, egal von wo sie lesen, das ist überall gleich schnell, weil sie haben ja nichts Mechanisches, was sich irgendwie dreht. Deswegen ist defragmentieren nicht mehr notwendig. Genau, also Dateisysteme gucken wir uns nicht an, ist zu aufwendig, wenn es interessiert. Hier sind mal drei Schlagwörter, die Sie nachschauen können, überspringe ich mal. Interessant ist noch, also wie gesagt, wenn kein Platz ist, muss das System ja irgendwie die Dateien platzieren. Wie macht man das? Dafür gibt es drei Verfahren, das nennt sich First Fit, Best Fit und Worst Fit. Wie man defragmentiert, bei Windows, gucken Sie mal in die Eigenschaften und dann ist dort direkt defragmentieren zur Verfügung. Ich bin das defragmentierter von selbst. Bei Mac OS kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber wer das weiß, Sie können es gerne im Chat schreiben. Machen wir mal ein Beispiel. Das hier ist jetzt mal Ihre Festplatte oder ein anderer Datenträger. Dieser Datenträger hat 19 Speicherblöcke. Wie groß so ein Block ist, ist irrelevant. Es sind auf jeden Fall 19 Speicherblöcke und Ihre Datei, die Sie bearbeiten, ist die blaue hier. Das rote ist bereits belegter Speicher, da liegen irgendwelche anderen Dateien. Und das weiße ist momentan freier Speicher, wo noch nichts liegt. Und gelb ist Speicher, der gerade geschrieben wurde. Das sehen wir auf der nächsten Folie. So, wir möchten jetzt gerne, die Datei haben wir jetzt vergrößert und die Datei hat sich um drei Blöcke vergrößert. Wie groß ein Block ist, ist jetzt egal. Wir sagen mal, die Größenheit ist ein Block und die Datei wird jetzt um drei Blöcke vergrößert. Wenn wir mal hier gucken, also der erste Block hier ist ja, dieser hier ist frei und danach sind Daten. Das heißt, ab da ist kein Platz mehr. Wir schreiben also ein Block. Jetzt müssen wir irgendwie noch die zwei weiteren Blöcke effizient schreiben. Ja, und das sind jetzt diese Verfahren. Zum einen FirstFit. FirstFit schreibt an die erste Stelle, wo Platz ist. Das heißt, das sucht die ersten zwei freien Speicherflächen. Das ist ja sieben und acht. Und schreibt dort rein. Das ist FirstFit. Problem ist, Sie haben danach eventuell so einen Haufen kleine Blöcke oder so. Sie haben also mehr Fragmente. Das ist aber am schnellsten, weil Sie nicht lange suchen müssen. Dann gibt es BestFit. BestFit bedeutet, Sie schreiben an die Stelle, wo es exakt reinpasst. Das ist die Stelle hier. Sie wollen noch zwei Blöcke schreiben und hier sind noch exakt zwei Blöcke frei. Und das heißt, das sucht sich auch BestFit aus. Problem ist dann, wenn Sie weiterschreiben, haben Sie ein neues Fragment. Ja, und dann gibt es noch WorstFit. WorstFit, also schlechtestes, WorstFit sucht den größten Leerraum. Das heißt, es schreibt dorthin, wo am meisten danach noch platzfrei ist. Das ist hier hinten. Ist eigentlich relativ einfach. WorstFit schreibt an die erste freie Stelle. BestFit schreibt an die passendste Stelle. Und WorstFit schreibt an die schlechteste Stelle. Schlechteste im Sinne von, da ist noch Haufen Platz danach. Kann man sich eigentlich relativ leicht merken. Und so werden quasi Daten auf der Festplatte angeordnet. Jetzt natürlich die Frage, müsste nicht alles schon nacheinander genutzt sein? Ja, natürlich. Diese belegten Dateien, die habe ich natürlich nur so festgelegt, damit das anschaulich ist. Wären alle Daten irgendwie mit PostFit geschrieben, gibt es natürlich keine Lücken. Da könnte man es aber noch schlecht zeigen. Es geht ja jetzt gerade nur darum, diese blaue Datei hier zu erweitern. Und wie die anderen Daten da drauf gelandet sind, ist uns erstmal egal. Ah ja, und hier habe ich es nochmal erzählt, genau durch Löschen entstehen Lücken. Man muss defragmentieren, um die Lücken loszuwerden. Genau, und wenn Sie löschen, entstehen Lücken. Und das ist dann diese Fragmentierung. Das heißt, würden Sie diese zwei roten Dateien hier löschen, dann wäre dort noch eine Lücke, die wieder beschrieben werden kann. So wird es halt immer fragmentierter, das Dateisystem, weil Sie immer kleinere Lücken haben, die irgendwie befüllt werden müssen. Und das ist dann diese Fragmentierung, die dann halt einfach automatisch entsteht. Dadurch, dass man einfach Lücken überall reinmacht. Wie gesagt, die ist halt nur bei mechanischen Platten ein Problem, weil die halt immer dann ewig suchen müssen. Ja, und beim Arbeitsspeicher, das ist ja quasi dieser schnelle, flüchtige Speicher, wo Arbeitsdaten drin liegen. Der ist also massiv schneller als die Festplatte oder Flash-Speicher. Erstmal, dort muss natürlich auch Speicher festgelegt werden. Da wird auch First-Fit, Best-Fit, Worst-Fit, Best-Fit, Worst-Fit verwendet. Also wie bei Festplatten. Und es gibt noch eine Abstraktion. Also bei Festplatten war jetzt die Abstraktion das Dateisystem. Das heißt, das Betriebssystem merkt sich, wo liegen die Daten. Und dann merkt er sich halt, dann spricht er die Festplatte an, wo er lesen soll. Und bei Arbeitsspeicher gibt es auch eine Abstraktion. Und zwar, dieser Arbeitsspeicher steht dem Programm nicht direkt zur Verfügung, sondern es gibt einen sogenannten virtuellen Speicher. Das heißt, jedes Programm hat so 4 GB Arbeitsspeicher. Mittlerweile geht da auch mehr. Aber früher waren es so 4 GB Arbeitsspeicher. Dann gab es quasi so eine Übersetzung in Hardware von diesem virtuellen Speicher auf echten Speicher. Und das Betriebssystem hat halt dafür gesorgt, dass das Programm, was gerade läuft, den Arbeitsspeicher nutzen kann. Und der Rest wurde dann meist auf der Festplatte ausgelagert. Wie das genau funktioniert, werden wir nicht behandeln. Sie merken sich also einfach nur, Programme haben immer einen isolierten Bereich. Das sorgt einfach dafür, wenn das Programm einen Programmfehler hat. Dann kann es sich nur selber zum Absturz bringen, aber nichts anderes gefährden. Dafür ist quasi dieser virtuelle Bereich. Alle Programme sind voneinander isoliert. Und das ist halt das Sicherheitsmodell des Betriebssystems. Ja, und wenn der RAM knapp wird, dann muss das Betriebssystem auslagern. Das nennt sich Swapping oder unter Windows auslagern. Und ausgelagerter Speicher ist sehr langsam. Das verursacht sogenannte Page Folds. Oder Windows zeigt das an als Seitenfehler, weil Windows der Meinung ist, alles übersetzen zu müssen. Also Seitenfehler heißt im Prinzip oder Page Fold, Sie haben eine Speicherseite gehabt, die nicht im RAM ist, und die muss dann erst eingelagert werden. Und das ist extrem langsam. Sie haben vielleicht schon mal gemerkt, die Arbeitsspeicher ist alle, oder fast voll, und dann wird plötzlich alles unbenutzbar langsam, weil Sie auf das Einlagern von Speicherseiten warten. Und da gibt es nur eine Lösung für mehr RAM einbauen. Also Arbeitsspeicher ist mit das Wichtigste, damit das System schnell ist. Neben dem anderen Tipp, den ich ja schon mal einen gegeben habe, der mal hier drin war, also er meinte, sein System ist mit Windows 10 mit Laptop sehr langsam. Da meinte ich, er soll mal seine Festplatte mit einem Flashspeicher ersetzen. Denn Flashspeicher ist so das Beste, was man damit machen kann. Also die wichtigste Frage, wenn der PC zu lahm ist, schauen Sie mal, ob Sie noch eine Festplatte haben, die mit Flashspeicher ersetzen. Und schauen Sie auch mal, ob Sie Arbeitsspeicher nachstecken können. So, jetzt sind hier noch so die Fragen. Wo werden Infos gespeichert, die ich nach dem Neustart wieder direkt starten lassen kann? Also es gibt ja sowas wie Standby zum Beispiel. Da klappen Sie Ihren Laptop zu und der ist direkt wieder da. Wie geht das? Da wird einfach der Strom beibehalten. Das heißt, da bleibt noch Strom da, damit der Arbeitsspeicher nicht verfällt. Wenn Sie aufklappen, wird halt fortgesetzt. Das ist also eine Art Stromsparmodus. Und dann gibt es noch den Ruhezustand bei Windows. Da wird quasi der Arbeitsspeicher auf eine Datei auf dem Datenträger geschrieben. Und wenn Sie wieder hochfahren, wird quasi aus der Datei wieder in den RAM gelesen. Und genau dort fortgesetzt, wo angehalten wurde. Da sind noch ein paar andere Tricks dabei, damit es auch sauber funktioniert. Aber die Idee dahinter ist etwa die. Ja, und dann ist noch die Frage, warum schalten wir nicht mehrere CPUs zusammen? So, was wir an CPUs zusammenschalten ist, also das ist natürlich technisch erstmal kompliziert, weil da muss natürlich die Hardware so designt sein, dass mehrere Prozessoren gleichzeitig angesprochen werden können. Das muss ja erstmal das Mainboard hergeben. Aber was Sie natürlich haben in so Servern, ist, da haben Sie meist so verteiltes Rechnen. Das heißt, Sie haben eine sehr komplizierte Rechenaufgabe. Dann teilen Sie das in Teilprobleme auf, senden es an 64 Computer, die rechnen alle. Und dann schicken die alle das Ergebnis zurück. Ja, also ausgelagerter Speicher, das ist Arbeitsspeicher, der auf dem Datenträger geparkt wird, weil er gerade nicht gebraucht wird. Ich zeige das mal beispielhaft. Ich habe das ja hier auch. Also das hier ist Hardtop. Das Programm kennen Sie noch nicht. Hardtop zeigt quasi die Systemauslastung an. Und wie Sie ja sehen können, das OBS, was ich hier zum Streamern aufnehmen nutze, nutzt gerade 80% der CPU. Das ist also auch mein Computer, den Sie ja gerade sehen. Ich habe also 16 GB Arbeitsspeicher. Und SWP ist der sogenannte Swap. Swap ist der ausgelagerte Speicher. und Linux versucht in der Regel nicht auszulagern. Sie sehen, ich habe quasi 256 Kilobyte Arbeitsspeicher ausgelagert und noch 8 GB sind frei. Und generell mein RAM sind 6 GB von 16 belegt. Ist also quasi ein Prozessmanager auf der Konsole, das ist Hardtop. In meinem Fall ist nichts ausgelagert. Windows ist da etwas aggressiver mit Auslagern. Da ist in der Regel immer irgendwas ausgelagert. Genau, also Faustregel, wenn Sie nicht genug Arbeitsspeicher haben, wird das System langsam, weil es auf der Festplatte liegt und erst wieder quasi die Arbeitsdaten in den Speicher laden muss. Genau, und die abschließende Folie ist das folgende. Es gibt noch mehr Abstraktionen, zum Beispiel Prozess. Das ist quasi, Ihr System sorgt dafür, dass die gleichzeitige Ausführung mehrer Programme möglich ist. Sagen wir mal, Sie haben einen Prozessor mit zwei Prozessorkernen. Das heißt, Sie können gleichzeitig zwei Programme ausführen, am meisten haben Sie ja viel mehr. Dazu kann quasi das Betriebssystem im Hintergrund rotieren, wer gerade laufen darf, damit es sich flüssig anfühlt. Dann gibt es Gerätetreiber, habe ich schon erzählt, einen Dienst zur Ansteuerung von Hardware. Also das sind Sachen, die wir nicht besprechen werden. Was wir aber später noch besprechen werden, ist das sogenannte OSI-Modell. Das OSI-Modell wird genutzt, um Netzwerkverbindungen aufzubauen. Das kommt auch noch in der späteren Vorlesung dran. Ja, jetzt ist noch die Frage, kann man das in Windows umstellen, dass er nichts aussagert? Also aussagern, deaktivieren bei Windows ist schädlich für die Geschwindigkeit. Das liegt einfach daran, dass Windows halt irgendwie so designt ist, dass halt so ungenutzte Sachen oft ausgelagert werden. Und manche Programme sagen auch, ich möchte jetzt irgendwie so, ich hätte jetzt gerne so 4 GB Arbeitsspeicher. Und dann sagt Windows, okay, du hast jetzt erstmal 4 GB virtuellen Arbeitsspeicher adressiert und die belegen, das ist aber kein wirklicher Speicher. Das ist halt einfach nur eine Vormerkung. Und wenn es zu viele Programme machen und sie haben keine Aussagerungsdatei, starten Programme nicht mehr. Deswegen am besten die virtuellen Speicher nicht ausmachen. Aber sie können ja mal das Stichwort virtueller Speicher suchen. Das kann man direkt bei Windows konfigurieren, wie groß der virtuelle Speicher sein soll. Aber in der Regel tut den Windows selber konfigurieren. Und mit dieser Folie möchte ich meinen kurzen Exkurs zu Betriebssystem beenden. Denken Sie nochmal an den Anfang. Bitte ab jetzt nicht mehr auf Phishing reinfallen. Noch so einen Gag machen wir aber nicht mehr. Ja genau, die arme Kette hat kein Licht mehr. Es wird zu früh dunkel. Genau, also so Sachen wie Berechtigung machen wir nochmal im Praktikum. und haben Sie sonst noch Fragen? Ja, woran liegt es, dass Spiele, dass macOS nicht für Spiele geeignet ist? Also das liegt, generell liegt das erstmal nicht an macOS oder Linux. Ich meine, bei Linux ist das noch schlimmer, da gibt es noch weniger Spiele. Das Problem ist einfach wieder der Marktanteil. Wenn Sie für Windows entwickeln, können Sie einfach, haben Sie halt mehr potenzielle Kunden. Das heißt, also Sie haben ja potenzielle Kunden, das heißt, Sie müssen für Windows entwickeln, haben mehr Kunden. Bei macOS gibt es mittlerweile auch relativ viele Spiele, weil der Marktanteil ist recht groß und bei Linux gibt es halt quasi gar keine Spiele, weil Sie müssen da erstmal nicht für Linux entwickeln, sondern für jede Distribution quasi einzeln. Das ist nochmal ein extra Aufwand für diese 0 Promille Marktanteil. Aber ich denke mal, je weniger Marktanteil Windows hat, desto mehr wird sich halt auch Spiele auf macOS und Linux durchsetzen. Ja, sobald ich hier fertig bin mit der Vorlesung, ist sie direkt auf Twitch verfügbar als Word. Ob es noch Programmierer für DOS gibt? Also ich kann mir schon vorstellen, dass Sie noch irgendwelche uralten Geräte haben. Die wurden mal irgendwie vor 50 Jahren, gut 50 ist jetzt zu viel für DOS, wurden mal vor 40 Jahren halt mal teuer eingekauft und entwickelt. Hat vielleicht ein paar 10.000 gekostet. Und dann kann man halt sagen, es funktioniert. Deswegen wird es halt dann einfach so lange gewartet. Das ist auch bei Banken, die setzen meist sehr alte Technik ein und alte Programmiersprachen. Und da wird dann meist sehr gut bezahlt, weil es niemand mehr gibt, der die Sprachen kann. Also mittlerweile wird, also was ja bereits schon weiterentwickelt wird, also bei Spielen unter Linux, eine Firma namens Valve oder die hier so Steam, das ist so ein sehr beliebtes Spieleportal. Wer so Spiele am Computer spielt, kennt vielleicht Steam. Ist so der größte Shop, um Spiele online zu kaufen. und die investieren mittlerweile massiv Geld in die Kompatibilität von Spielen unter Linux. Da wurde ja schon Wine angesprochen. Wine ist eine Abstraktionsschicht unter Linux, um Windows-Programme auszuführen. Ja, und da gibt es dann halt so Emulationen auch so für 3D-Grafik und so weiter. Das heißt, mit der Zeit können Sie immer mehr Spiele unter Linux spielen. Was jetzt ja auch Valve angekündigt hat, ist so eine Art mobile, so tragbare Konsole. Nennt sich Steam Deck. Und die wird auch ein normaler Computer sein, in Formfaktor von einem Controller. Und da wird dann auch Linux drauflaufen. Konkret sogar Arch Linux. Und deswegen investieren die da massiv Geld rein. Ja, und theoretisch können Sie auch in VM spielen, aber das haut meist dann von der Leistung her nicht hin, weil Sie können die Grafikkarte nicht richtig ansprechen. Ja, wenn es sonst keine Fragen gibt, dann in ein schönes Wochenende und ja, bis zur nächsten Woche. Tschüss. 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 Vielen Dank.